Das, was ich koche, das schmeckt mir. Dann ernährt mich doch bitte lieber mit Tuben am Tropf oder irgendwas. Was ist denn das hier? Das ist ja super gefährlich. Scheiße! Ah! Ihr müsst mir jetzt eh mal erzählen, wie das aufgeteilt ist. Ja, also wer ist in der Küche, wer ist draußen, wer ist Besitzer? Also ich check das jetzt noch nicht. Wir haben da ja wirklich den Fall, dass der Chef insolvent gegangen ist. Jetzt hat Anja übernommen. Für mich ist das schon wieder so eine scheineingesetzte Inhaberin. Vielleicht hat ja dieser Wolfgang immer noch das Sagen und deswegen hat sie nichts geändert. Also das gilt es erstmal rauszukriegen. Und das ist jetzt die Manuela, die 19 Jahre schon im Laden ist, aber seit drei Wochen erstmalig in der Küche. Wahnsinn, oder? Das ist natürlich, da ist das Essen dann sicherlich prima. Das Fazit ist also, dass der Laden eh schon mal bankrott war und sie nichts geändert hat und alle noch in dem Laden drinstecken, teilweise schon seit 19 Jahren. Ja, ich bin mal gespannt, was wir da machen sollen. Hier hat noch nie eine Kalkulation stattgefunden. Das kann auch keiner von uns. Wie funktioniert das dann hier? Pi mal Daumen. Was höre ich denn da? Die Kalkulation heißt hier folgendermaßen, Pi mal Daumen. Und ich wette mit dir, da hat sich auch keiner mal hingesetzt und mal ausgerechnet. Was habe ich, einen Wareneinsatz, was habe ich, am Personal, um mal zu gucken, was habe ich drüber. Das hat es nie gegeben. Na ja, also da schätze ich, das hat wenig Zukunft. Dann kommen wir da hin und dann sind wir die Retter der Nation anscheinend. Und sie glauben, wir können alles regeln. Wir können zaubern. Hallo, wie sind wir denn hier? Hallo, guten Tag. Hi, ich bin Andi. Anja. Hi, ich bin der Wolfgang. Hallo, servus. Servus, angenehm. So, ihr beiden, da steht ihr, da sind wir. Herzlich willkommen in unserem kleinen Gasthof. Dürfen wir irgendwo sitzen? Wir haben wenig Hunger mitgebracht. In dem großen Leben. Seit 1866 wird Qualität im Gasthof Polmann groß geschrieben, denn der Gasthof ist ein bisschen stets nur das Beste an Getränken und Speisen bekommen. Wir haben vier Suppen, wir haben eine Schnitzelkarte, wir haben Steaks. Das ist halt ziemlich einfach aufgebaut. Jungs, wir sollten doch auf jeden Fall den selbstgemachten Kartoffelsalat probieren, denn ich finde, das verspricht eigentlich relativ viel. Ja, da gibst du Bockwurst. So, also ich lege gleich mal los. Ich bestelle die Bockwurst mit dem selbstgemachten Kartoffelsalat. Ich hätte gerne eine Zwiebelsuppe. Eine Zwiebelsuppe hätte ich gern. Ich nehme dann noch Hähnchenbrust Indisch. Ich nehme den Seniorenteller. Dann hätte ich das Zigeunnerschnitze gerne. Ich würde wirklich ganz gerne nochmal das Schaschlik probieren. Dann das Bönener Krüstchen, wobei ich da noch eine Frage mitschicken möchte, was für ein Krüstchen. Also ich kann euch das echt nicht sagen, weil ich habe die Karte nicht gemacht. Aber du bist die Chefin? Ja, aber die Karte existiert schon seit 10 Jahren. Der Hammer ist ja, sie kann es auch nicht mehr erklären, weil das kommt ja vom Vorgänger. Dann kann ich da nicht irgendwie von Kompetenz reden, oder? Ja, im Moment geht es mir nicht so gut mit der Bestellung. Das ist natürlich sehr viel. Sehr viele Gerichte durcheinander. Und da hapert es bei uns mit Sicherheit gleich. Das ist Konzentrat, das verdünnt man dann mit Wasser. Das wird Tomatensuppe. Das wird Zwiebelsuppe. Also, Jungs, jetzt sind wir locker 20 Minuten um und wir haben noch nicht mal zwei Suppen und Kartoffelsalat. Mir schwarnt Böses. Ich befürchte, dass es eh in der Mikrowelle gemacht wird. Also ich weiß jetzt gerade nicht, warum wir 40 Minuten warten. So, jetzt geht es rund hier. Das ist aber ein guter Spruch. Und die Zwiebel? Zwiebel hatte ich bestellt. Das Böckwürstchen. Ja, ja, her zu mir. Und wo ist der Kartoffelsalat? Da. Das schmeckt halt komplett nach Pilbwerchen. Ja, da gebe ich dir recht. Das schmeckt nach Arsch und Friedrich. Aber, nee, das ist jetzt mal die Wahrheit. Und auch die Wurst schmeckt übrigens nach fast nichts. Also die ist auch noch schlecht gekauft. Man hätte einfach mal den Wunsch, aufzustehen zu gehen. Das Warten war für die Katz. Das war alles Grütze. Seniorenschmaus. Ja, das meine ich. Entschuldigung. Für den Senior. So, das zigonische. Das nehme ich, das nehme ich. Ach, du kröne Neune. Das ist mal rot. Es ist so lange her, ein halbes Jahr, dass ich Spargel gegessen habe. Jetzt wird es sich rausstellen. Oh, ich glaube doch. Tappis. Ja. Spargel hat genau den richtigen Biss. Nein, das ist Seniorenteller. Deswegen Seniorenteller. Also den kannst du nutzen, oder? Das ist eklig. Also das ist echt eklig. Wenn ich später mal Senior bin und so ein Essen kriege, dann ernährt mich doch bitte lieber mit Tuben am Tropf oder irgendwas. Aber nicht sowas. Boah. Dann picke ich mir jetzt einfach mal so ein paar Sachen raus, die ich am schlimmsten fand. Und einmal hier Spargel und Bärnäs habe ich verweigert zu essen. Einfach, weil Spargel und Bärnäs, das gibt es in eineinhalb, zwei Monaten im Jahr. Und sonst hat es eigentlich nichts mehr auf einem Teller verloren. Bei dir muss ich sagen, liebe Anja, du hast das von Wolfgang übernommen. Kein anderer. Du stehst erst seit drei Wochen in der Küche. Also, wer das verzapft, bist du. Sag mal, du musst dir ja irgendwelche Gedanken gemacht haben, als du das mal von Wolfgang übernommen hast. Wie waren denn die Gedanken? Ich rette das Ding mal. Und warum hast du dann nichts geändert, wenn es was zum Retten gab? Weil ich nicht wusste, wie ich es ändern konnte. Oder wie ich es jetzt ändern kann. Genau da greife ich jetzt ein. Schau mal. Der Laden ist zugrunde gegangen, war Insolvenz. Und du machst genau die gleiche Scheiße, machst du jetzt weiter. Ne, mache ich eben nicht. Sehe ich gar nicht so. Ich finde, die Naivität sollte irgendwo bestraft werden, wenn jemand einen nicht funktionierenden Laden übernimmt und nichts ändert. Ich schraube hier keine Tüte auf für die Hollandaise. Ich werde hier keine Scheiblettenkäse auspacken. Ich werde hier kein Dosen-Champion anfassen. Mache ich nicht. Bis morgen. Macht es euch Gedanken. Und ich will eine Zukunftsvision. Restaurant Polmann ist ab morgen neu zu haben. Du bist die Interessierte daran. Und ich bin der Banker. Und du erzählst mir morgen, wie du mich überzeugen willst, dass Polmann wieder läuft. Das ist deine Aufgabe. Ich würde sagen, wir sind raus für heute. Weil einsichtig muss man schon sein. Weißt du? Hallo, guten Morgen. Moin, moin. Wir fallen auch gleich mit der Tür ins Hausaufgabe. Ja. Ob das Visionen sind, kann ich gar nicht sagen. Es sind sehr viele Ideen dabei, die ich gerne umsetzen möchte. Schieß mal los. Gut. Ich habe gedacht an leichte Küche und an deftige Küche. Weiter. Ja. Und dann haben wir natürlich ganz viele Sachen in Arbeitskleidung, in Öffnungszeiten. Wie sind denn auch Öffnungszeiten eigentlich? Durchgehend. Durchgehend. Ja. Sieben Tage die Woche. Von Montag bis Montag. Also manchmal glaubt man halt, man muss halt alles mitnehmen, wenn einem das Wasser bis zum Halse steht. Also ich möchte hier bodenständig bleiben. Ich möchte hier gut bürgerlich frisch kochen, was hier ja nun gar nicht gemacht wird. Das Einzige, was bei uns, glaube ich, frisch ist, sind die Gurkentomaten und der Eisbechsalat. Das ist das Einzige. Einsicht ist der größte Weg zum Glück. Also ich würde mal sagen, die Hausaufgabe ist mal gemacht. Ich habe jetzt passend ein Olivenöl und so machen wir den Kartoffelsalat jetzt gleich so einen Tick mediterraner. Dann die Schalotten dünsten ich ganz schnell an, denn wenn sie gegart sind, dann schmecken sie nicht zwiebelig. Das heißt, du kannst den Kartoffelsalat dann auch mal im Tag aufbewahren. Das ist ein bisschen was von dem Rinderfond dazu. Da muss man halt aufpassen, dass man den Rinderfond nicht zu dunkel macht, weil sonst wird der Kartoffelsalat grau. Ich habe noch nie gesehen, wie man so einen Kartoffelsalat zubereitet. Ich kenne das nur. Kalt, warm kenne ich nicht. Also Ahnung vom Kochen hat sie noch überhaupt nicht. Ich werfe dir jetzt was vor, ist halt nicht nur blauäugig. Ich muss dir sagen, also normalerweise bin ich rigoros und sage, das ist jetzt schon ganz schön dumm. Du zahlst wie viel Pacht? Ich zahle im Monat normal 950 Euro. Wer ist festangestellt? Du bist festangestellt? Nein. Nur Manuela ist festangestellt. So, was kommt denn da jetzt noch? 1.600 Euro für Strom und Gas jeden Monat. 1.600, weil die Hütte so groß ist. Ja, jetzt haben wir es. Das heißt, wir haben 2.500 Euro Pacht und Strom im Monat. Korrekt? Ca. 3.000 Euro. Dann ist dir vorzuwerfen, dass du Pi mal Daumen Rechnung machst bei Kalkulationen. Ja, aber was soll ich tun? Und du auch. Wieso habt ihr euch denn noch niemals hingesetzt? Ich als jahrelang Angestellte habe davon sowieso keine Ahnung. Du hast auch Pi mal Daumen. Ja, diese Pi mal Daumen Rechnung, ja. Hast du auch gemacht? Ich bin aber auch, habe mich auch ein bisschen an die anderen Gaststätten orientiert und ich kann nicht höher gehen mit den Preisen. Aber wenn du heute was um 2 Euro einkaufst, musst du es auf jeden Fall mal im Minimum um 8 Euro verkaufen. Also 400 Prozent ist ein Muss. Dadurch, dass ich ja nie durchkalkuliert habe, konnte ich auch nie wissen, dass ich eigentlich drauf zahle. Und das ist echt traurig. Hier geht es um knallharte Fehler. Also Missstände, die hier betrieben worden sind, über Jahre und jetzt einfach von Anja so weiter fortgeführt werden. Die Anja hat bis jetzt noch kein privates Geld verbrannt. Und wenn jetzt da schlechter gehen sollte, so wie der Laden läuft, dann häufen sich auch Schulden an. Eigentlich musst du auch da wegen diesem ganzen Kram, wer ist da wirklich mal schlau, wenn ein Profi, der wirklich mit Zahlen, also ein Unternehmensberater hat. Ich habe da einen Kumpel, den Stefan Hagen, den werde ich heute auch mal anrufen, wenn ihr nichts dagegen habt. Ich bin auch der Meinung, wir sollten uns einfach über Nacht nochmal genaue Gedanken machen, was wir wirklich machen. Vielleicht verkünden wir es heute mal nicht, weil ich bin mir nicht sicher. So, machen wir es. Meine Lieben, zu unserem Gedankenaustausch. Der Maik hat uns ja einiges erzählt, auch über Zahlen und da kam ziemlich klar raus, dass ihr mehr Geld verbrennt, indem ihr offen habt, wie das ihr einnehmt. Ja. Und da dachten wir jetzt, dass doch mal der erste Schritt wäre, eineinhalb Tage zuzumachen und dadurch Geld sparen. Wir sehen in der näheren Zukunft hier nicht das klassische Restaurant. Ich glaube, dass zum einen du damit überfordert bist, zum anderen wissen wir nicht, wo genau dieses Klientel herkommen soll. Wir werden beherzigen, was du jetzt gesagt hast, bürgerlich, nordrhein-westfälische, ehrliche, gute Küche, kein Schischi, keine Türmchen. Aber wir werden eine Karte morgen gestalten, die alles ein bisschen drin hat. Es werden Gerichte sein, die wir im Barbereich anbieten können. Und zwar so, dass die Manuela gestärkt aus unserer kulinarischen Reise morgen geht. Und morgen wird das so viel werden, dass auch ich nervös werde. So, bis morgen. Tschüss. Jetzt geht es einfach darum, dass da morgen so einfach mal der Funke überspringt. Ich hoffe, dass wir eine Zukunft haben. Und wenn es nur zehn Jahre sind oder so. Aber ich hoffe, dass wir hier weitermachen können. Guten Morgen. Guten Morgen. Die Rotkohl-Fraktion. Hausaufgabe gemacht. So, pass auf. Über die Speisekarte heute Abend wollen wir versuchen, alles zu vermitteln. Also ein bisschen so in dem Snack- und Kneipenbereich kommt was auf die Karte. Also machen wir mal eine richtige feurige Gulaschuppe, ein bisschen abgewandelt. Wir machen eine Kasseler Weißkohl-Lasagne. Dann machen wir euren Spieß, den machen wir dann aber mit Putenfleisch. Dazu gibt es von Andi eine Barbecue-Soße und den Kartoffelsalat, den kennt ihr ja schon. Und dann haben wir noch wirklich einen Hauptgang, dafür haben wir nämlich den Rotkohl. Da gibt es nämlich eine Ente mit einem Kartoffelpüree und Rotkohl. Die Gäste werden begeistert sein, weil das gab sie halt auch noch nie. Ein guter Freund von mir, der ist Unternehmensberater und der kommt heute, um euch vielleicht wirklich mal einen ehrlichen Tipp auf den Weg zu geben, wie ihr euch in dieser Geschichte verhalten sollt. Und Paprika. Ich nehme lieber das Edelsüße. So, und da kommt wirklich ordentlich was drauf. Und ich möchte, dass dieses Paprika wirklich einmal in der Butter kurz aufschäumen. Und jetzt fängt es nämlich an, an sich hier zu essen. Ich mache mal ganz schnell auf, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell, bevor es das anbrennt. Weil wenn es anbrennt, wird es bitter. Ja, hau rein. Manchmal das Kochen aufregen. Okay, reicht? Reicht, reicht, reicht. So, und jetzt kann nämlich das Ganze mit den Zwiebeln und den Paprika rein da. Und lasst das bei kleiner Flamme kochen. Schluck Rotwein drauf. Ich habe schon eine ganze Menge heute gelernt. Oh, Manuela ist aufmerksam. Ja, sie möchte das wirklich wissen. Sie hat sogar richtig Angst, dass sie nicht alles mitkriegt. Hallo. 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 Stefan. Hi. Guck mal, das ist die Anja. Anja, das ist Stefan Hagen, der Unternehmensberater, von dem ich dir erzählt habe. Keine Bank hat Interesse, eine leere Gastronomie-Immobilie zu haben. Ja. Ihr habt jetzt die Chance, hier draus was zu machen. Vom Gefühl her müsste das eigentlich jetzt mit dieser ganzen Geschichte, mit den Kochprofis, mit dem, was du jetzt hier angestoßen hast, mindestens zwei, drei Monate richtig gut laufen. Also du hast jetzt zwei, drei Monate Zeit, das zu machen. Und erst mal würde ich das Gespräch mit dem Insolvenzverwalter suchen und mit ihm aushandeln, wie lang er die Füße stillhält mit der Bank. Das Gespräch mit Herrn Hagen war total ausschlussreich gewesen. Ich habe mich zwar immer mit Wolfgang darüber unterhalten, aber wir haben es ja irgendwo beide nicht kapiert. Ich habe doch gesagt, dass wir eigentlich heute überhaupt gar nicht so wichtig sind, sondern das Gespräch draußen wichtiger ist. Ab jetzt sind wir wichtig. Denn jetzt geht es ums Kochen, jetzt können wir es zurückholen. Ja, es sind viele da, die ich überhaupt noch nie in meinem Leben gesehen habe. Das freut mich schon sehr. Ich hoffe, dass sie dann auch weiterhin mal kommen. Was ist denn das hier? Was ist denn das hier? Das ist ja super gefährlich. Scheiße! Ah! Fuck! Und wegschmeißen. Was ist denn das für eine Scheiße hier? Lebensgefährlich. Die Fangen, die Griffe lösen sich einfach. Also mir fällt der ganze, die ganzen Materialien fallen runter, ist halt super ärgerlich. Muss man einfach den Mund aufmachen und das sagen. Wenn man sein Equipment nicht kennt, also da werde ich dann schon sauer. Ich fand, die Manu hat sehr viel aufgenommen, war sehr konzentriert. Und hat immer mit angepackt. Sie will das auf jeden Fall meistern. Und das, das rechne ich ihr hoch an. Und alles andere kann man lernen. Die Entenkeule mit Entenbrust. Dann haben wir einmal das Zigeunertoast. Kupperspitze kann man gar nicht beschreiben. Das ist einfach ein Gedicht. Wenn es so bleibt, dann würden wir auch gerne öfter kommen. Hier ist die Chefin von diesem Laden. Bei ihr hat man gespürt, dass sie die Verantwortung übernimmt. Wie es jetzt im Moment läuft, sehe ich das als durchführbar. Alles, was jetzt in Zukunft entsteht, im Positiven, auch im Negativen, fällt auf ihren Schädel. Und Manuela ist seit 19 Jahren, bist du hier. Und so lange Service und dann in der Küche. Dafür hat sie das richtig geil gerockt heute. Jawohl. Aber richtig geil. Ich bin mir fast sicher, dass ich alles hinkriege. Ich denke, dieser Laden hat mehr Hoffnung, als ich die ganzen letzten beiden Tage zu hoffen gewagt habe. Ihr seid gescheckt. Du, Anja, mit deinem Team, Wolfgang, mit dir, liebe Manu. Ihr habt es auf jeden Fall geschafft. Und ihr kriegt es von mir. Und wieder den fettesten Applaus. Bravo. Und wieder den fettesten Applaus.